Hallo unsere Leute zu einer Folge Guessit und mit den drei netten Damen hier an meiner Seite und irgendwo ist noch ein Ninja, den können wir aber nicht sehen, weil er ein Ninja ist. Ich dachte, man kann Ninjas nicht sehen. Oh doch, da muss ich die ganze Zeit beobachtet. Ganz klar, ich stehe da unten. Und wir sollten dann jetzt auch mal raten, was der da macht. Erde. Erde. Oh, erst mal Cap, Cap, Cap. Captain Caps Lock. Und ich glaube, ich wechsle mal die Ansicht. Hallo Antonia. Erde. Okay, eine braun. Kaka. Aber Kaka schmeckt nur mit dem O am Ende. Kaka, oh. Okay. Was wird das, was tust du da? Röhre, eigentlich aber grün genommen. Kuchen. Was ist das, Alter? Muffin. Okay, ich hab nichts gesagt, ne? Ich würde das jetzt eher als Megakurs oder so einstufen. Danke. War ja nur klingfügig. Du hast dir zugehört. Das ist einfach. Richtig schlecht ist einfach. Ach komm, ich sag jetzt einfach mal alles, was ich schreibe. Verdammt. Das war sogar richtig. Ich hab mich damit gerechnet. Das ist das Problem. Rechnen. Oh nein. Ernsthaft. Wie soll ich? Ja, ja. Das ist schwieriger als ne Pille. Ja. Entschuldigung. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ähm. Oh, das ist sogar noch ne Idee. Und. Nein. Ich kann's nicht reinwerfen. Es ist so behindert. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ah, kann ich das benutzen? Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Okay. Okay, äh. Nein, nein, äh. Okay, ich kann keine Enderfalen sparen. Das ist natürlich schade. Ähm. Das ist so scheiße, ne? Wie soll man das denn machen? Also, stellt euch vor, das hier ist Wasser und ich tu da was rein. Dann kann ich was machen. Oh, jetzt hab ich noch mehr abgerissen. Ja, toll. Es ist egal. Das sind einfach nur in der Luft stehende Kreise. Ich weiß nicht. Es geht einfach nicht zum Waren. Das ist so behindert, Lara. Das ist schwierig als ne Pille. Ich wusste nicht, wie ich ne Seifen... Ja! Wie soll man, Gottverdammt, bitte eine verdammte Seifenblase machen? Oh, halt einfach im Kreis, beziehungsweise ne Kugel aus Glas. Voll. Das. Okay. Keine Ahnung. Ernsthaft! Ernsthaft? Nein, ich guck nicht hin! Okay. Richtig nassig. Oh. Ist einfach einfach, Alter. Nice, oder? Ja, also richtig einfach. Was? Ja, super. Keine Ahnung. Lila. Nein, Ernsthaft! Ja! Ja, Alter, genau. Toll. Lego, was ist los? Du bist genauso gefrustet wie ich gerade. Ich dachte mir einfach nur so... Hä? Schwarz. Jetzt war ich auch drüber. Erst mal mit einer Farbe anfangen, wenn eine Farbe irgendwo hingeballert wird. Ich bin jetzt da... Volke. Der Aufschlussreich, was er baut. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ey, das ist ein schwarzer Kreis! Also, Viereck. Setz dich doch ins Kreis an. Nein, nicht mehr. Hä? Ja, voll! Ja, aber du hast das... Ja, aber das hast du richtig gut gemacht sogar. Was? Ja, ich weiß es nicht. Ist aber auch wirklich gut. Also, ich wüsste nicht, wie ich ein... Eine Sache, die... Ja, Blondie! Oh, wie ärgerlich ist das denn! Ich bin mitge... Jochi, wir sind noch im Endeffekt. Oh, Mann! Blondie schreibt Zauberhut, das ist so ärgerlich. Ja! 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 Wirst du mich verarschen? Pille! Oh! Nein! 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 Alter, nein! Versuch es wenigstens! Ja, ich mach eh wieder so Scheiße! Ich schaff dir jetzt den Pille! Ja, gestern hat Lara sich an einer Pille verzweifelt deswegen. Ja, da... Entschuldigung! Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Frag mich nicht! Das ist... Auf einen Blickwinkel. Ich muss es kreativer sehen. Ich muss auch mal... Ich muss auch mal runter. Ja, ich geh gerade auch runter. Wie ist alles okay? Hallo? Okay... Ah, nein! Kennt ihr dieses Kaktuseis? So sieht es ungefähr aus. So sieht es ungefähr aus. Wollt ihr das aufschreiben? Nein! Nein, das ist nicht! Ich will einfach... Winniepoo! Ich muss das... Ich muss das... Ich muss das rund machen, aber ich bin so behindert. Gerade. Ach, Scheiß drauf, Alter. Ich muss einfach... Wenn das jetzt richtig gewesen wäre, ne? Ja, natürlich muss man... Ich könnte auch anders machen. Wer heißt es? Wer heißt es? Ja! Hey, was soll das? Ha! Bam! Ja, Mann! Klauer, Gedankenklauer. Ja, danke, danke. Danke, Bloni, für deine Gedanken. Bitteschön. Kannst du auch so machen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt so. Kontinuiert alles. Ich hätte zwar versucht, eher ein Beyblade zu malen, aber... Ne. Ach, Gra... Ich mach dir nicht aus Lehm. Nein! Ja, le... Lego! Es ist eindeutig Lego! Nein! Ja, le... Ja, das heißt eigentlich ein Unterstrich Lego! Oh, das steht... Lege! Erstmal suchen! Lege, ja genau! Lege... Lege Henne! Oh... Okay. Einfach. Einfach hasse ich. Komm, komm, Josch! Jont! Das musst du erkennen! Das machst du! Ja! Ja! Bäm! Eine Sekunde später! Das war die... Ja, dieses Teil! Oh, das ist... Netherdrache! Ja, genau! Wie heißt es? Uthat Mann! Uthat Mann? Oh nein! Ich war das jetzt alleine! Das ist so schrecklich! Ich hätte das Viech einfach bauen müssen! Ich wurde angestuft! Das wäre interessant gewesen, ob das dann auslöst, ne? Von Luca! Ich auch! Geil! Hier steht dein Ball an! Tima! Tima! Okay, wir sind Tima! Natürlich! Ne... Das... War... Einfach... Nur... Einfach! So! Ihr seid scheiße! Danke! Ich... Ich kann was sagen, aber das ist rassistisch! Und das ist... Okay... Was ist das? Ich kenne dieses Zeichen irgendwo, aber ich weiß nicht, wie das heißt! Äh... Wie heiß ist diese Scheiße! Ja! Bäm! Ja! Ich weiß nicht, du ziehst uns alle aus! Nice! Ich weiß nicht, ich weiß... Ist das das? Ja! Ich weiß nicht, wie es heißt! Sie hat es noch in der Hand! Super! Guck du mal einfach in die Hand, was sie da hat! Der Finger! Hä? Ist Luca behindert eigentlich? Karte! Nice! Hauptsache sie packt es auch noch in ihre Hand! Ich bin auch mal irgendwann mit einem äh... Schweinespawner um die... In der Gegend rum geflogen und hab die ganze Zeit dieses Geräusch damit gemacht! Musste Schwein machen, das war voll lustig! Wir gehen... Scheiße! Bergbank! Nein! Was brauchst du denn? Das hast du alles überall drin! Nein, das hab ich nicht drin! Was brauchst du denn? Ich karte ich dir noch nicht! Okay! Es ist kein Kommando-Block! Das ist das einzige, was du nicht im Creative so drin hast! Nein, es gibt noch eine Sache, die du auch nicht hast! Also es gibt mehrere... Ich weiß nicht mehr, wie man die... Ganz genau, wie man die craftet! Hm... Äh... Achso, ich glaub ich weiß jetzt... Das einzige, was mir noch einfallen wäre... Feuerwerk! ...wäre ein Enderdrachenei oder sonst irgendwas! Und ein Enderkristall, aber... Aber das kannst du craften! Ei! Das geht ja doch! Bauen! Wer... Mann, ich weiß einfach nicht... Ei, ei, ei! Ich weiß, was noch mal geht da! Ei, ei, ei! Huh! Das ist... Wie geht das? ...schwer! Ja! Ich weiß nicht mehr... Nachbomben... Ich weiß, was das ist... Also ich weiß aber nicht, wie man das erstens nachbomben soll... Ach... Ja? Jetzt hab ich's! Noch 15 Sekunden! Nice! Das kann ja spannend werden! Ich glaub, wie geht das? Wie geht das? Nein! Nein! Ich glaub's nicht! Fuck! Jetzt! Verarsche! Verarsche! Jetzt hatte ich's gerade! Ein paar Stunden später! So, jetzt kann ich dir gleich sagen, dass du... Oh! Raketen... Ich hab dir ganz etwas mit Raketen geschrieben! Ja! Ich hab versucht, Raketen nachzumachen! Ich wusste nicht, wie man die craftet! Ja! Das war mir nämlich klar! Und deswegen hab ich ja Rak... ähm... Raketen geschrieben! Ich hab auch alles, alles probiert! Ja! Von Raketenwerfern! Okay! Ähm... Ja! Ja! Dann würde ich mal sagen... Danke! 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 Danke ich fürs Zuschauen dieser Folge! Und... Euch danke wie immer fürs Mitspielen! Und... Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Cheerio! Cheerio! Was? Da verneigt er sich! Ich kann's wenigstens! Nicer, nicer!